hehehehehe heeeeeee hehehehehe herzlich willkommen liebe leute zu einer weiteren folge minecraft oh ich muss nochmal F7 drücken so, herzlich willkommen also folgender plan wir marschieren jetzt alle gleich zu Storms Temple beziehungsweise sind alle schon und dann holen wir den Wither und mit coolen Moves und alles und äh wir müssen leider eine Sache zugestehen die Sascha schon leicht gespoilert hat letzte Folge außer dass es Pommes ist das war's dann für uns, das war's mit dieser Staffel Minecraft, außer für mich und Robert halt doch mal dein Maul, jetzt erzähl ich's nicht mehr, ich wollt's gleich noch sagen aber dein Scheiß ist, also das ist das Ende, wir hatten gedacht wir machen's mit nem Knall und der beste Knall der uns im Moment einfällt ist der geknallt zu werden vom Wither und vielleicht noch zwei Nukes, ne eine und Sascha die, hör doch mal auf mir mal rein zu reden und ich wollte jetzt einfach nur noch mal hier anfangen und einmal ganz kurz über das leicht in Erinnerung schwelgen und das zeigen was ich alles geschafft habe das ist ja wirklich nicht mehr das ist übrigens das was Scroll geschafft hat in dieser Session halbfertige holz-dreck jacuzzihaus hier die Farm weißt du jetzt warum dazwischen die zwölf Penisse die hier irgendwelche Leute mit der Zeit immer bei mir gemacht haben naja und die nicht ganz so fertige Military Base und der Strom und jetzt machen wir uns auf ich zeig mal mein Inventar, das habe ich alles mitgebracht die anderen sind glaube ich schon alle da außer Robert richtig ich weiß nicht mal wo Scrolls Tempel ist bei mir ja bei mir Norden ja bei dir beim Startdorf am Startdorf ja sag ich doch ne quatsch nach Norden ne nach Norden also erstmal in Richtung Sascha ja ich hätte noch ne Energiezelle mitnehmen sollen was das jetzt nicht gesagt ist was denn ja wenn du an dem blöden Dorf bist musstest du ihn eigentlich sehen das ist ja unauffälligste weißt du gleich warum ich Essen mitnehme eigentlich müsste mir der Kopf unendlich Nahrung machen oh ok komm irgendwie nach die Nacht ja die kämpfen sich die bekämpfen sich von wegen die machen keinen Schaden Alter oh 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 das hat Amy gemacht das war es allerdings auch nichts technisches warte warte soll ich dir zeigen was Amy gemeint nein ich mach es jetzt nicht musst jetzt mal nachkladen ich finde übrigens daums komisches äh japanisches Dojo ziemlich cool wenn ich ehrlich bin Nito ja das cool ist ich finde es auch cool ich weiß ich ob die die weiße Farbe passt ich hätte vielleicht hier die Dinger ein bisschen anders gefärbt Robert hast du ja bist du gab leider nicht viel Auswahl in einem Dojo gerade also fast noch nicht sollte es eine zweite Staffel geben liebe Dojo dann könnt ihr mal alle gerne in die Kommentare was schreiben wenn Robert dein Maul hält ob wir eine zweite Staffel machen sollen dann wird es ein anderes Mod Pack selbstverständlich geben eins wo auch Leute die nicht so Bock haben aufs Technisches ganz auf ihre Kosten kommen irgendwas wo man noch ein bisschen mit rumbauen kann oh jetzt eine 88 das ist aber schön ja die Zahl wurde bei den Führers hier drin wollt ihr den Korn so alle hier hinkommen wo ist denn wenn ich die Nacht noch abwarten warte 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 ich muss das noch irgendwo schlafen bei mir bei mir bei dir ganz hinten ist der voll weit weg du gibst du kannst du rein dass du nicht stirbst danke auch welcher Eingang warte warte ich kann dir mal kurz verraten wieviel Schaden ansonsten kannst du es auch in meinem Lager auspacken eins wow toll Sascha du hast deinen Pfeil im Arsch oh fuck nix okay mach mal hier so ich hab noch mal eine kleine Diamantrüstung gemacht ja möp möp den behalte ich ach ich fiel direkt wieder hier mal hier aber ich werde das übrigens nicht verzaubert das ist ein bisschen ärgerlich aber das auch nicht ich meinst du auch nicht aber ich pack mir meinst du mich nicht ich hab noch kurz ein Golem geklatscht ja ist gut ich hab ja auch meine Hühner getötet letztes Mal das war eigentlich nur Spann und so haben wir schon gesehen hier das kann man noch klauen bei Storm meine putz willst du jetzt doch klauen bei mir? ich klau überhaupt nichts ich bin mir im Verweis wenn er die damit anläuft ich hab mir nur ein Iron Sharpness Schwert 1 geklaut was du wahrscheinlich von dem Skelett hast ja damit ich eine zweite Waffe habe falls ich sterbe ist jetzt bloß blöd dass ich von meiner Power aber keine Rüstungsplatten drauf hab ahm bist du am wenigsten gerüstet von uns ich hab gar keine Rüstung ich hab gar keine Rüstung was war das denn alle hier die Waffen die ein bisschen zelebraten ja zelebraten Junge mit Feuerwerk alter ja das ging eben letzte Folge schon ich hab so gut gesehen da hättest Feuerwerk gemacht alter guck mal hier das ist hier warte genau unter Mond genau unter Mond schieß nochmal ruf Oh, krass, du Sack, ey. Oh, du Mongo, ey. Mach den Scheiß aus, ey. Oh, ich liebe dieses Spiel. Mich anzünden? Was? Was? So, ich baue jetzt mal hier ein bisschen von dem Zeug auf. Hier drin, oder? Erst irgendwas in Luft tragen, oder dann? Ja, Alter. Oh, was? Ich bin kacke. Oh, fuck, ey. Shep Blasrohr rausholen? Muss denn nicht noch einen höher? Nein, so. Keine Ahnung, wer das von euch machen wird. Da liegen die drei Widerköpfe. Viel Spaß. Meine Güle, das kann jeder. Gib her, Mann. Oh, bist du sicher, Sascha? Bist du sicher? Mein Kuchen! Warum werden eigentlich hier so ne blöde... Mach doch mal einen so'n Platz hier, Leute. Wenn du sie aufbauen, oder soll ich sie aufbauen? Okay, ja, beiseite. Ich mach das. Mein Kuchentisch. So, liebe Leute. Weck ihr blöden. Wir werden viel Spaß haben. Wir werden Spaß haben. Seid ihr alle da? Seid ihr alles? Was soll das denn? Bist du beherrt? Das ist mein Pimmel, Alter. Ist mir scheißegal, ob's sein Pimmel. Den Robert für mich gebaut. Keine Wand. Stell dich daneben. Stell dich daneben. Ich geh nach links, du nach rechts. Okay, gut. Guck mal, die stellen sich da hinten alle hin. Okay. Eins. Wir wollen das sehen. Nein, ich glaub nicht. Ist egal wie weit. Bist du schlagen? Was? Oh, Robert. Oh mein Gott. 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 Die Schneewähne, Junge. Die Schneewähne. Kommt doch die Schneewähne an, Junge. Jetzt geht die Party. Jetzt geht die Party. Ständig ist das Problem. Kann der überhaupt irgendwas? Alter, der frisst sich ja ganz schön. Iiii. Wuhuu. Aua. So, bist du erst mal direkt gestorben? Aua, aua, aua. Der kann ja überhaupt nix, der Wizard. Naja. Hilfe! Naja, ich hab mit Eis abgekriegt. Da fand ich vorhin direkt. Hat er. Ist im Wald. Da verfolgt mich gerade. Oh ja! Trink doch mich, du Lutscher. Meist doch, Junge. Hey, nicht auf mich gehen, du Arsch. Nur weil ich dich getroffen hab? Oh nein! Leg den Wizard doch nicht! Junge, ich treff gleich deinem Bruder! Bleib nicht da langlaufen! Oh, ist lustig, oder? Achso. Ich find's witzig. Ja. Aber es ist so heavy, jeder läuft! Storm, hier! Ah, ich kann nicht! Hey, Alter, Alter! Oh Gott, nein! Ich muss im Wald. Oh, Alter, komm hier! Aua, au, au, au. Ich muss im Wald. Okay, er siegt mich nicht mehr. Das glaubst auch nur du. Er sieht dich nicht, er sieht dich nicht! Er sieht dich nicht! Guck mal wie er sucht! Hä, wo ist denn du? Aber ich hab, ich hab die Hälfte. Aber wer steht da? Geh mal da weg! Ich hab noch Maske drowned! Der, der hielt sich wieder, ne? Hier! Der frisst sich wieder voll. Was geht's? Ja, aber ich brauch, ich brauch aber meine Rüstung wieder. Ja, die hab ich da hingeschmissen eigentlich. Achso. Hier, die liegt da. Ich hab gegen ihn ohne Rüstung überlegt. Bis jetzt. Ja, ich hab halt am Anfang direkt... Ich hab's wieder. Wo ist der Lappen denn hin? Wo ist der Lappen denn hin? Wo ist der Lappen denn hin? Wo ist der Lappen? Alter, wieso brenne ich denn schon wieder? Du schießt doch nicht auf mich, ey. Du machst mir eh keinen Schaden, du Lappen. Was ist der denn? Ich seh' nicht, wenn ich über Chat wegfalle. Kannst ich mal nicht feige im Wald verstecken? Was ist denn los mit dir? Hallo, Bitter! Ich seh' nichts hier drin im Wald. Ah, hier steht ein Bett. Nein, geh weg da! Bau das mal ab! Nein, nicht abbauen! Nein, ich seh' nicht, ich schick mich da auch rein! Aber jetzt wird Tag, muss dich beeilen. Boah, guck mal, der Kopf, alter! Ist denn der blöde Bitter? Ich seh' bloß, ne? Jetzt seh' ich ihn auch rein! Wir spielen jetzt Hide and Seek Wither Edition. Jawoll! The Finding Wither! Wither it heißt jetzt nicht Witch it, sondern Wither it. Oh Gott, der ist direkt vor mir! So schauen wir auch mit spielen oder zugucken wir da? Ich bin schon da, du Mongo! Bin doch hinter dir, du Spast! Der kann überhaupt nichts, der macht überhaupt nichts! So gut wie? Go Wither, go! Tu es! Oh! Oh! Der hängt, der bugt wieder fest! Ah ne, jetzt schießt er jemand anders! Was muss ich überhaupt sein? Ich bin Wither! Oh, 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 oh! He Withered away! Hallo! Hallo! Nimm mal weg Wither! Alter, wie hoch ist denn der? Komm mal runter! Oh, shit! Oh, Sascha! Wo ist er denn? Warte, wo ist er denn? Oben! Oben! Weil er alles so hoch fließt! Oh, Withered! Oh, Withered! Aber ich muss vielleicht erst mal was essen! Oh, Withered! Wo ist er denn? Ah, Tony, halt's mach! Viel Spaß, Sascha! Jo, easy! Angriff! Es ist viel zu hoch! Das macht aber echt viel Damage! Wuuuuh, 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 wuuuuh! Warte, du fiehst du mal höher! Alter, das Nanosaber macht ordentlich Damage bei ihm! Oh, kack! Angriff! Ich hab' ich erschaffen! Ne, ich bin gewithered! Shotgun! Oh, Gott, ich muss auch weg! Fall! Shotgun macht Damage! Oh, Gott! Kommt auch! Milch, Milch, Milch! Oh, Gott! Shotgun macht Damage! Ich muss die Shotgun benutzen! Was ist denn los mit dem? Warum chillt der da oben? Hallo! Wir wollen mit dem spielen, Junge! Der braucht länger bis! Der braucht länger bis! Der wird schlecht bezahlt! Wir müssen den runter... Junge, der heilt sich, der Wichser! Ich hab' übrigens den Nanosaber-Bug! Oh, nein! Ja, ja, hab' ich auch! Der schießt wieder auf euch! Come at me, Bro! Ey! Hoch da! Oh, Gott! Nicht so hoch fliegen! Lass ihn doch mal runter! Lass ihn doch mal runter! Lass ihn doch mal runter holen, irgendwie! Ja, ich will doch mal! Schuss! What the fuck? Der flog grad mit der Kopf quer über die Map! Ich muss mal kurz fliegen! Oh, Gott! Ah! Ich muss dem erst schlechte Witze beibringen, Toni! Oh, Gott! Das war's! Oh, Alter! Das fahr ich nicht! Ah! Das fahr ich nicht! Nicht hoch fliegen! Mann! Ich muss ausweichen! Ja, renn doch einfach! Ich kann nicht so schnell rennen wie ihr! Dann nehmen wir Swift-Bestränke! Hast du einen? Ja, für mich! Oh, Gott! Ja, schön! Du darfst dich nur nicht treffen lassen! Ja, richtig! Komm weiter! Das machen wir easy! Da ist er! Hallo! Aua! Ui! Okay, das hat weh! Oh, lol! Trink schneller! Trink schneller, Bro! Komm her! Angriff! Top Gun, Alter! Top Gun! Muss mich mal kurz verstecken! Nicht so hoch fliegen! Wir haben ihn gleich wieder an und glich! Ich musste ihn grad ausging eins in der Schocker machen, Alter! Ja, aber ich will sehen, ob der was trinkt! Ja, ich war dahinter! Ich hab hinter dir... Ey, der ist ja gleich daum! Alter, ich kann mich nicht heilen! Wo ist die Lebensleistung? Ich sehe sie nicht! Da oben! Hey! Haben getötet, Alter! Hat er was getroppt? Das sieht man natürlich nicht! Ja, das kommt eine Menge hier! Oh, hier ist Stormblade's Stuff! Auf seinem Dojo drauf! Ja, ich bin da oben gestorben, als du's mir runterbringst! Zumindest das Chat Pack brauche ich! Die Shotgun ist echt krass gegen den! Also die macht wirklich echt Damage, ey! Mehr als alles! Also mir ist alles egal, ich will bloß das Chat Pack haben! Ich hab den Messer-Stern! Ich hab ihn! Natürlich! Kann man den kaputt machen? Nein, den brauchen wir zum Craften für! Coole Sachen! Ach so! Äh, mein Tempel, ja! Wo bist du du, Storm? Ja, der hat jetzt irgendwie nicht so... Willst du nicht mal 20 davon spawnen? Ich bin hier unten! Können ein Beacon machen! Ja, bestimmt! So, hast du dich denn jetzt geschlagen? Weiß ich auch nicht! Äh, so, warte mal, was hab ich denn für ne Scheiße von dir? Ich hab das von dir, ich hab das von dir, ich hab... Hört's doch mal auf, ja! Na, es ist Tetix hier irgendwo, glaub ich... Aua! Hihihi, sicker! Ja, Sascha, geh! Hey! Ich werd das nicht tun! Das hab ich noch von dir... Ja, ich brauche jetzt nichts mehr! Aber du wirst jetzt... Du wirst ja trotzdem dein Shit wiederhaben! Können wir jetzt mal auf, wenn ihr Mongos! Das ist halt irgendwas! Was?! So ein Lappen, alter! Ey! Oh was, ey! Hahaha! Das ist geil, ne? Tchuuuu! Warte, ihr jetzt mal auf, ich bin gleich tot! Kann er einfach reinhalten! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep das war zwar so genau noch was kommt man mit leute wir müssen ja dass man das mal amys hauswerk box ja ich hab da schon den juck drin unten im keller eigentlich würde ich trotzdem gegen das war der hat mir nicht mal schaden gemacht denn haben ich würde mir immer ganz gerne mal ein tempel angucken wir sind ja auch so ein bisschen immer ausgerüstet ich hab nee die musik haben wir schaden und wenn nicht dann wissen robert und ich dass wir in unsere eigenen zwischen nutzen können und effekt hat der los und boden habe ich dort abgezogenen bogen auf dem leben plus 1 so funktioniert also flame ich hab mir extra verzaubert weil wir müssen erreichen ich bin ich will zumindest ist die chance ja das wäre nicht schlecht müsste doch alles drauf von mir ist und da fehlt dir so ein bisschen was muss er bei mir ist alles gelohnt aber ja in welchen dingen hast du das in welchen keller richtig egal so mittig recht von allem also ist wo du sache drauf stehst könnte noch mit weggehen also das sind ja für mich groß im haus oder in ihrem kleinen ja da in dem na da in dem penis in der holzhütte da dann stellen wir alle auf das portal da drauf oder alle hier gechillt macht es dir schade steht nein du bist zum schreier du bist nicht vergiftet doch ich bin vergiftet das macht mir doch kein schaden ach schade eigentlich oh gott mal den scheiß ich hab ja auch keine rüstung mehr können wir das jetzt hier ja doch jetzt machen ach jetzt bumm wo bist du denn oder müsste müsste gezündet sein und mal gucken dass hier noch genug zeit zu weg haben jemanden so kurz gucken lebt das für uns noch ich wollte kurz gucken ob das server lebt sorry das hat irgendwie weniger noch das stadt ja es war vielleicht nicht ganz so clever dass wir es um so viel wavin gemacht haben Nee, das ist es eigentlich, ne Die Yook ist ja gemein, bloß so groß Aber die Yook ist nicht mittig hochgegangen Ich hab die viel weiter hier vorne platziert Ich hab die hier platziert Das ganze Obsidian Ey, da unten ist so ran Oh lol Was hier alles liegt Kann man das anzünden? So ein bisschen was, ne? Alter Ich wollte da nicht reinspringen, aber ich bin eh voll Ja, guck mal, du Ups, ich bin voll Ups Tatsächlich hab ich nur Seeds dabei Löwenzahngelb hab ich einstecken Ich hab verdammt viel Wolle und so ne Scheiße Und leere Zellen Finde ich gut, dass es diesmal nicht auf meine Kosten Also, ne? Dass wir sagen können, Toni hat das von Amy Selbst wenn Amy nicht mehr Nicht mehr mitzahlen Wird sich immer noch sauer leid Was ist denn? Ich hab das doch nicht in der Hand Guck doch, ich hab's nicht in der Hand Aber Amy wusste ja Guck doch, ich kann dir meine Remote geben, wenn du willst Hier bitte, Sascha Amy, wir konnten dabei leider nichts machen Ne Das ist das alleine auf Sonics Macht entstanden Oh, komm Das steht auch hier in der Tür, ihr Mongos Du stirbst, Robert Ja, ich war vergiftet Er ist meine Remote genommen Sascha, du musst Shift-Klick machen Kannst du links durchwechseln Moment, warte mal, was macht ihr da gerade? Du musst Shift-Rechst-Klick machen Kannst du da welche auswählen Oder sind da keine bei dir? Ich bin übrigens fast tot Das ist was cool, wenn ihr mich nicht schlagen würdet Warum bist du fast tot? Ich staune von Feuerpfeilen Ach, sorry Alter, jetzt, ich bin dein Hass Ich bin immer das Ausprobieren Habe ich meine Schrotflinte noch mal? Ach, das ist schade Ne, habe ich nicht schade Aber wir uns jetzt nicht einfach gegenseitig wegkloppen Ne, ich wollte gucken, ob ich mit der Schrotflinte Schaden machen kann Soll ich ein Teil ausziehen? Hast du Schaden gekriegt? Nein Ah Wirst du jetzt jede mögliche Waffe an mir testen? Nein, das waren nur die anderen, die auf dich geschossen haben Ihr alle gegen mich, oder was? Wir machen ja keinen Deck Danke, Robert Oh nein, ich habe die ganze Zeit noch bis dahin geschossen Danke auch Das habe ich mir die ganze Zeit schon angeschossen Das habe ich dir auch immerhin gesagt Aber das hörst du sowieso nicht Ist so geil Das kann man so schön vorhersagen Wegen dem Feuer, meinst du? Ah, stimmt, wie du das vorher gesehen hast Ne, das nicht, aber Lauf, Robert, lauf, schnell Die Schüsse, sie kommen Glaubst du, du kommst mir davon, oder was? Ach, nö Das ist ja das gesagt Ah, du bist im... das ist ja unfair, da geht es ja nicht Oh, danke Oh nein, warte mal Ich habe gesagt, ich habe keine Rüstung Warte mal, was war das gerade für ein komisches Geräusch hier? Ich dachte, du kriegst keinen Schaden, weil du im Wasser stehst und Feuer nichts bringt Ich habe es nicht Aber die Pfeile breien ja im Wasser ab Ne Ich dachte, die war nicht so viel Schaden Dann kriegen die gar nicht mal Someone, ike deine Truhe mit deiner Nachricht oben hat überяниes Uuuhhhhhh Lauf, 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 lauf Oh, guck mal, was hier noch ist Da ist er zum Teufel Wo Nein, mein Jetpack ist leer Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Wo hast du so aufgestellt in Mongo? Ich habe es nicht Unter mir könnte es sein. Wo ist denn Amys Haus hin? Das ist ja noch in der Hand. Ach da, das ist ja. Warum habe ich Hunger? Könnte man jetzt mal die Nuke auf mich zünden, bitte? Oh nein, hier ist das Radiation. Wer hat das? Ach, ich weiß, wo es an ist. Oh, aber ich komme hier nicht mehr weg. Hier, im Wichser hat die da wieder aufgestellt. Ach so, ich habe Sound aus, deswegen habe ich es nicht gehört. Wow. Das kann gar nicht sein, ich habe es doch vorhin gehört. Alter. Also, ich verhungere gleich. Und ich komme hier oben nicht runter. Und das ist euer Scherz, oder? Ich sterbe doch doll auch. Oh, oh. Sosia steht direkt im Trotz. Happy Halloween. Ich sterbe doch auch. Es sollte ich sonst noch weggehen. Wann ist hier denn Nuke explodiert? Oh, oh. Eben noch. Kommt noch. Kommt noch. Kam jetzt irgendwie keinen... Oh, scheiße. Ich habe sie absolviert. Nein, ich kriege auch keinen Fallschaden. Du hast die Echt. Das Server ist glaube ich gerade... Ja, ich glaube auch. Ich habe noch drei gezündet. Aber wobei die... Au. Ich wusste Juckt, aber ich lebe noch. What the fuck. Da ist immer noch nichts passiert. Der ist so nett. Soll ich wusste Juckt. Warum ich? Der ist so nett. Also, meine Hunger geht runter. Mein Hungereffekt. Mein Leben auch. Jetzt ist alles geplant. Ich kann nichts abbauen. Ich schaue. Oh, abbauen schon. Oh doch, die Truhe ist explodiert, aber sie ist noch da. Die ganzen Schneewelle sind rausgeflogen. Aber die Blöcke erscheinen nicht, wenn ich was abbau. Ich glaube, ich plant mal noch. Ja, weil sie nicht mehr da sind. Wir stehen halt auch alle, ne? Bin tot. End of stream. Connection lost. Flying is not enabled on the server. Ich würde sagen, offiziell habe ich es überlebt, oder? Bei mir ist noch alles easy. Ich bin auch auf dem Server, aber noch ist alles cool. Ich plant mal noch einer. Ne, warte mal. Das Server hat er noch nicht mal nachgeladen. Jetzt ist es. Ja, ich fand mich. Server weg. Gut, Leute. Oh Gott, das ist es geschafft. Warte, immerhin haben wir den Server zum Crash gebracht. Das war unser eigentliches Ziel. Der Wetter war ja eigentlich nur ein Lappen, den hat Robert allein geschossen. Ich danke fürs Zuschauen. Dieser kompletten Season. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Und wir würden uns freuen, wenn ihr euch freut, dass wir noch eine Session machen. Also noch eine Season. Und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, guckt mal bei Tony vorbei. Genau, Tony und Robert, die machen noch ein bisschen weiter. Die haben sich vorher eine Copy gemacht vom Server. Richtig. Vor der Zerstörung. Genau. Und deswegen, wenn ihr das weitersehen wollt, was wir quasi jetzt die ganze Zeit gemacht haben, dann könnt ihr gerne bei Tony auf dem Kanal Sonic 1305 weiter vorbeischauen. Wir sind aber jetzt, also die anderen, sind jetzt an dieser Stelle raus. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Abo bei allen da und ein Like. Das wäre super. An alle, die mitgemacht haben, stehen auf jeden Fall in den Descriptions. Wir sehen uns beim anderen Community-Projekt. Auf Wiedersehen. Bitte, ihr dürft alle einmal in die... Bis. ...ins Mikro schreien. Ciao. Alles klar. Danke, schreie mich. Da wehre ich mich gegen. So, tschüss jetzt. Haut rein. Tschüss. Dos far env strony Comer. Tschüss. D심 salon.